Musik Musik Wir werden sehen, wie man hier reichnet. Das Ganze wollen wir erst mal machen. Und ganz kurz, wirklich, noch wieder gehen. Wir werden hier mal so gezwungen. Einfach, ganz kurz auswählen. Und wir haben... Wir haben heute ein Kapitel, der für Kreisabonel kam, bei den Seniorenarbeit bei uns, den 2. Platz, der Uwe Nibir, mit 2.531 Punkten. Und den 1. Platz hat belegte Uwe Götzschling mit 2.652. Auf der Klasse ist jetzt noch ein ganzes Teil. Bei den 1. Spiels 6. Meister geworden, ne Quatsch, hat den 3. Platz belegt mit 2.531 Punkten. Der Basti Hose, mit 2.531 Punkten. Der Mann hat nach überzehn Jahren der Sektionsmaester Berlinamen gewechselt. Das war jetzt... ja, das ist die letzte Völker, aber auch das was hier ist. Sie sind heute als zweiter geworden. Der 2.688 Punkten. Der 1. Platz hat belegte Uwe Götzschlinge. Jetzt werden wir uns mal das Elend hier angucken. Die Kegel muss aufstellen. Die Papern anziehen. Und dann haben wir wieder eine Reaktion. Das ist für die Video-Ausbildung. Klasse! Na ja, geht doch. Jawoll! 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 Klasse, oder? Die 2. Die letzte. Ja! Die 2. Alles klar, hast du mal so richtig Bewegungen getroffen und so. Gut, alles! Das ist Sechsen los. Gut, alles! Scheiße, ich hab doch ein Sechsen mehr! Okay, jetzt alles so, mach ich. Immer eine Strecke vorne, wenn ich stehe. Ohhhh! Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da.